Diese zweite Hälfte nicht beginnen können, meine Damen und Herren. Damit hat er jetzt alle überrascht. Ein Machtschuss vom Leo Leiner und das Publikum ist kaum zu halten. 1 zu 0 für die Salzburger. Noch einmal, Leo Leiner, große Distanz, ein toller Schuss und ein großartiges Tor. Und Costinja hat den Ball, glaube ich, falsch berechnet, zu spät reagiert und keine Chance mehr gehabt gegen diesen Schuss von Leo Leiner. Noch einmal mit dem linken Fuß. Der Ball dreht sich etwas, sehen Sie vom Tormann aus gesehen. Rechteck und die Salzburger führen mit 1 zu 0 gegen Sporting Lissabon. Bravo, Leo Leiner. Damit fehlt nur ein Tor, um den Gleichstand zu erzielen. War das ein Auftakt jetzt in dieser zweiten Hälfte. Und jetzt halten Sie den Salzburger an die Daumen, meine Damen und Herren, für den österreichischen Fußball und für Casino Salzburg.